Mein Name ist Glian Pickl. Ich bin 15 und komme aus Solothurn. Ich habe mit 7 angefangen Tennis zu spielen und seit 3 Jahren trainiere tagtäglich. Ich liebe diese Sportart und möchte es zu meinem Beruf machen. Momentan besuche ich eine Talente für die Klasse in Solothurn, wo ich neben der Schule auch sehr viel zu trainieren kann. Tennis bedeutet für mich Liederschaft und Disziplin. Mein Traum ist es auch in einer grossen internationalen Turnier-Mitschule, wie meine Idol, Sabrina Williams und Sloane Stevens. Musik 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 Damit ich meinen Traum erfüllen kann, brauche ich nebst meinen Eltern, die sehr viel Zeit für mich und meine Sportart investieren, wie der Junge studiert. Also wäre ich sehr dankbar über deinen Beitrag.